Du gehört, ihr Maden. Wir ziehen in den Krieg. Wir gehen runter in den Battleground. Deswegen dürft ihr auf keinen Fall, ich wiederhole, auf gar keinen Fall den Absprung versauen. Wie was? Wieso willst du mir jetzt unten einen kauen? Alter, nicht im Flugzeug, Junge. In den 70ern, 72 damals, ja, da war ich mit John Lennon unterwegs im Privatjet. Da wurde mir auch einer gekaut, ne, und da kam vorne, da kam vorne rausgeschossen wie so eine Erbse aus einer Floppe. Kennst du die Dinger noch? Floppe, zack, Metall durchstoßen, Druckabfall, alle tot. Nur ich habe überlebt. Alter, sie reden mal wieder Unsinn. Du warst nie in den 70ern, weißt du, du bist geistig verwirrt. Wir spielen hier Painter Unknown Battlegrounds. Alter, und das widerspricht ja eigentlich meiner Battleground-Philosophie. Ja, du sagst ja nie wieder Battleground, ne? Ja, eigentlich nie wieder Battleground. Nie wieder Battleground, bis du halt auch dafür bezahlt wirst von Keystone Industries. Ja, eben, und Keystone zahlt halt einfach nicht. Ne, ich zahl halt nicht. Deswegen darf Greif eigentlich sein Lieblingsspiel, Fortnite, nicht spielen. Er würde ja gerne. Ich würde so gerne. Ja? Ja. Ich sehe schon, wenn du das nächste Mal streamst oder so, dann steht da drunter, Kreis hat sogar gesagt, er will es gerne spielen. Aber er darf nicht, er hat keine Lizenz. Es ist offiziell, guckt, hier ist ein Link zum Video, Minute, eine Minute, genau bei einer Minute. Irgendwie stirbt hier wieder niemand. Ne, irgendwie nicht, ne? Es bleiben auch Leute verdächtig oft stehen. Ja, das ist echtes PUBG. Echtes PUBG, die bleiben einfach stehen. Also, das ist echt ein PUBG-Gefühl. Was ist das? Die sterben alle nicht. Ja, der hat die Bugs von PUBG mit eingebaut. Ja, ja, der hat die eingebaut. So, hier, zack, da ist er tot. Alter, wie viele Leute ich hier mit dem Katana katanisiert habe. Ja, irgendwelche Katanisierungsgeschichten wieder. Ey, das ganze Dach ist voll mit Katanisierern. Lügen-Katana, Lügen-Katana. Ey, das ist Katana of Truth, ey. Oh, da ist einer direkt vor mir gespawnt. Das ist so legit. Ist der jetzt tot oder was ist mit dem da? Ja, der hat die original Bugs von PUBG mit eingebaut in die Karte. Bug-G? Was ist Bug-G denn? Von, ja, Bug-G. Ja, Bug-G. Guck mal, die stehen auch immer wieder auf bei mir. Den einen habe ich jetzt, glaube ich, schon mal getötet. Der hatte doch schon einen Sterbesound. Ja, irgendwie, bei mir stehen hier einfach rum. Ich schlitze den seit einer Minute im Kopf, irgendwie. Ja, das ist richtiges. Players Unknown Battlegrounds. Oh, jetzt ist aber meine Waffe kaputt gegangen. So, ich habe den einen jetzt gerade schön mit einer heißen Pfanne gelulatscht. Wahrscheinlich, weil wir runter müssen an den Basketballplatz. Ich habe hier unten auf jeden Fall einen erlegt. In den Innenhof. Liebe im Innenhof. Liebe im Innenhof. Das mache ich im Innenhof. Gab es da nicht eine Sendung oder so? Alter, der hat ein riesen Macheten-Ding in der Hand gehabt. Was ist mit dem da? Der besteht eigentlich nur noch aus Schnurrbart bei mir. Ich bin der Mr. Mustache. Mr. Mustacho. Mr. Mustacho. Achso, du hast Paradise PD noch nicht gesehen. Wow, 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 nein. Ich will mit dir lustige Witze machen. Guck dir die... Ich kann mir Netflix nicht leisten. Aha! Niemand mehr spendet. Ja, ich bin arm. Du lachst, aber ich habe kein Geld. Ich hatte Paypal-Abbuchungen, aber dann war nichts mehr drauf. Oh, oh, oh. Oh, oh, bo! Wie? What? PUBG? PUBG? Das ist original PUBG. Ja, original PUBG. Krass. Guck mal, jetzt kommen alle wieder zurück. Das ist ein bisschen besser als bei PUBG sogar. Ich glaube, ja. Ich glaube, er hat weniger Bugs. Läuft flüssiger. Ja. Er hält sich die Nase zu. Er will damit sagen, wir smellen, Alter. Oh, smelly hat er dich genannt. Oh, smelly? Oh, smelly Christmas. Alter. Wir haben einen Weihnachtsbaum. Oh, ich habe eben gerade voll den harten schwedischen Knüppel bekommen. Wir zapfen die Toiletten der Nachbarn ab und formen uns einen riesigen Weihnachtsbaum aus Exkrementen. Ja, das hat Greifs mal wirklich gemacht. Mr. Bubbles liebt seinen Kacka-Baum. 96 in diesem sehr kalten Winter. Oh, es war ein kalter Winter. Es war Glatteis. Meine Hoden waren strammer wie jetzt vorher. Guck mal, ich töte trotzdem Menschen. Der hat eine Finte. Oh, hier oben solltest du nicht reingehen. Das ist ein Raum, wo du dich besser nicht aufhalten solltest. Ey, ich weiß nicht. Ich kenne hier alle Räume. Ich habe mir die Karte noch gar nicht so genau angeguckt. Ja, aber hier oben ist es ein Ruckel-Raum. Ruckel? Rucca-Noodle? Das ist ein Rucca-Doodle-Raum hier oben. I'm a Beatbox. Rucca. It does nothing to my beat. Alter, der macht hier so einen Mega-Jump. Und dann wiederholt sich alles. Nothing to my dungeon to my... Ich komme hier nicht durch, weil hier blockiert einer den Ausgang. Türsteher-Modus activated. Ich bin im Konzertsaal. Oder auf der Hippie-Fläche. Ich habe einen Katana wieder gefunden. Werden die Gegner stärker? Irgendwie ist es ganz merkwürdig. Diese Karte hat ein ganz merkwürdiges Feeling. Fühlt sich nicht an wie Painson, sondern eher wie PUBG. Jaja. Das ist wegen Bugs. Bug-G ist richtig am Start. Jetzt fass mich nicht an. Danke. Okay, ich lege hier ein bisschen Mucke auf. Party! Die Karte ist aber auch echt groß, ne? I'm David Guetta and I'm so rich! Ja, die ist schon ziemlich groß. Aber stell mich bitte nicht. Ich bin David Guetta. Ich gehe mal hier drücken auf den Spielplatz. Oh! Machete! Alter, das ist so ein Spielplatz, wo Puerto Icarna rumhängt. Oh nein, Alter! Ist das Dings auch da? Kämpfen bis zum Ziel. Filme machen und Muskeln. Russell Crowe. Guck mal, was heißt Russell Crowe? Schmier dir doch Schweinekotze ins Haar. Wie kommt man eigentlich auf Schweinekotze ins Haar? Keine Ahnung, ey. Habe ich den getötet? Ja! Geil, Mann. Pick-Piggy-Puke. Keine Ahnung, vielleicht redet der halt so. Ich bin Spaghetti-Ressler. Spaghetti. Sie liebt ihre Spaghetti. Spaghetti's. Moment, irgendwas lebt hier noch. Der da hinten, Alter, nicht mal einen guten Job erledigt. Guck mal, wie viel Blut da ist. Ich habe so lange in ihn reingeschlitzt. Ja, jetzt musste ich ihn mal übernehmen. Ich habe das Glas doch schon halb geöffnet. Du hast doch nur noch den Verschluss abgezogen quasi. Ja, aber die Gurken habe ich mir in den Mund geschoben. Ja, das machst du ja auch gerne, die pickligen Gurken. Alter, was ist das denn hier für ein Room? Kistjo sagt, er schiebt sich die Gurken ohne zu kauen mit gepressten Lippen immer in den Mund. Und er mag das, wenn die pickligen so richtig reiben. Ja. Ja, das sind irgendwelche Geschichten wieder von dir. Die glatten Gurken mag er nicht so, hat er gesagt. Nur mit Noppen. Nur mit Noppen. Boom. Alter, da sind Leute gestorben. Boom. Er sagt, er war am Basketballplatz und alle Waffen liegen hier noch. Ja, die kommen ja jetzt auf einmal, weißt du? Das sind ja neue. Neue Waffen. Die neue Teleportations. Ja, aber die Waffen sind hier am Dings. Schrotflinten und so. Ich kann ja nicht endlos viele Waffen mitnehmen. Irgendwann ist ja auch mal Schluss. Ich habe nicht so einen Hack wie du, den Weapon Hack. Guck mal, die despawn hier, weil wahrscheinlich die Karte zu groß ist. Ich glaube, daran liegt das. Die Karte ist ja ultra groß. Ja, aber ist doch eigentlich voll skillig. Aber, oh nein, ich kann die Gewehre nicht aufheben. Oh, da. Oh, jetzt geht er drauf. Da plötzlich die Speedhacks an sind. Wir spielen hier immerhin PUBG. Der eine ist Russe. Er wollte den großen Schinken aufheben. Er ist Russe und hat definitiv Speedhacks. Bubgie. 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 Ich spiele Bubgie. Bubgie. Was uns Bubgie spielen. Bubgie. Bubgie. Steht der wieder auf? Ich zeige dir, wie gut ich bin hier. Bubgie. 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 Mein Kuse Bubgie hat gesagt. Ha! Er ist irre. Guck mal, der eine hier, der verreckt nicht. Jetzt glaube ich, ist er tot. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er auch zurück durch eine Zeitmatrix. Schwer zu sagen. Ich kann irgendwie... Oh nein, ich kann wieder niemanden töten. Nee. Ich weiß nicht. Eine Shotgun only. Wenn sie am Boden liegen, ey. Shotgun only. Du musst Shotgun only spielen. Okay. Ich hole noch richtig viele Sounds von Leuten, die sich hart duellieren. Ich kann nichts aufheben. Jetzt kann ich es aufheben. Bubgie halt. Ey, was ist das hier? Es klingt irgendwie, als wären hier Gladiatorenkämpfe. Noch haben wir keine Zahlen, ne? Nee, noch haben wir keine Zahlen. Gott sei Dank gibt es hier so viele Shotguns. Wo gibt es sie denn überall? Bubgie halt. Überall da halt. Am Shotgun-Baum habe ich eben gerade eine gepflückt. Am Shotgun-Baum? Der Baum, das ist schon gut. Shotgun, sagen die. Shotgun. Ich schaue mal, ob ich noch eine finde irgendwo. Auf den Dächern sind halt voll viele Shotguns. Shotgun. 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 Wo sind denn hier? Ist das ein Tonband, wo hier abgespielt wird? Weil ich sehe niemanden. Shotgun. Ja, ja, ja. Wir haben es verstanden. Shotgun? Hä? Ich höre... Was ist das? Shotgun. War das das Katana? Katana Mama? Jetzt ist es vorbei. Deswegen so ein merkwürdiger Bug. My horse is amazing. Hier auf dem Spielplatz sind noch zwei. Das ist der Basketballplatz. Der will nicht spielen. Ja, weil in der Mitte steht ja auch irgendwie so ein Kumpel. Ach, das ist ein Loot Drop. Das ist ein Loot Drop hier drüben. Ja, deswegen waren noch so viele Schrotflinten dran. Das ist ein Loot Schmock. Loot Schmock. Ja, du Schmock. Die ganzen Shotguns sind irgendwie jetzt alle leer. Loot Schmockerle. Shotgun. Ich glaube, wir müssen hier drüben ins Krankenhaus. Shotgun. Hier drüben auf dem Parkplatz wird noch gefistet. Offizieller Fistplatz. Come over here. Warte, ich versuche jetzt mal... Alter, ich habe hier einmal weggeweht. Einmal weggeweht. Das hier und dann... Alter, der ist ja nur noch ins Skelett. Schau dir den mal an. Vielleicht schaut er ja brasilianische Furzpornos. Siehst du den? Der ist bei mir nur ein Skelett. Der ist ja ganz normal aus. Hinter ihm steht Indianer Jones. Er stirbt doch nicht. Guck dir das doch an. Er stirbt nicht. Ich kann nicht mal töten. Kann ich smiten? Den kann ich töten. Aber hier, diese Superskelette. Der geht auch. Aber der hier geht gar nicht. Ich sehe gar keinen mehr. Ich habe gesmitet. Jetzt ist er unsichtbar. Hier ist noch einer. So, der ist tot. Ja, ich habe ihn getötet. Der war nur sehr robust. Der war nur sehr robust. Aus Knochen. Aus Knochen bestanden hat. Vagabundo Robusto. Vagabundo. Vagabundo Vagabundo. 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 Digitil. Magabundo Vagabundo. Ist denn das Krankenhaus fake? Das ist im Fake-Krankenhaus. Aber die Typen da drüben, die sind real. Im Zelt. Die Brokebacker hier. Oh, aber die habe ich gut geschrotet. Hinten geht es noch weiter. Das ist so eine Riesenkarte. Und da sind auch noch Leute. Und ich kann niemanden angreifen. Warte mal, ist da hinten jetzt noch was los? Weil einer winkt in der Ferne noch. Hallo. Hallo, ich bin noch nicht tot. Guck mal, ich kann nichts tun. Boah. Wir haben es fast geschafft. Sechs Gegner. Da ist noch einer. Hier, hier, hier. Also bei mir steht hier einer. Ja, hier ist einer. Der kann es sogar bewegen. Fünf. Alter, wir schaffen die krasseste Karte ever. Da drüben, Vagabundos. Vagabundos. Sind das die letzten? Nee, es werden noch fünf, ne? Ich weiß nicht. Guck mal, ob irgendwo noch eine Shotgun oder so rumliegt für dich. Ja, ich schaue, aber... Ich glaube, im Zelt lebt auch noch einer, oder? Ein großer. Bei mir nicht. Ha. Vielleicht beim Krankenhaus. Da sind doch eigentlich immer Shotguns. Nee, hier liegt aber nichts. Römische Schwerter. Der, 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 der. Jo, vier. Vier. Ah, nee, der hängt hier, glaube ich, nur so... Nein, nein, der ist real. Der eine ist real. Der da ist real mit dem Schild. Wir brauchen einen Shotgun. Der da ist real mit dem Schild? Okay. Ähm, du solltest vielleicht die Tabletten noch nicht so früh absetzen. Der ist real, Alter. Ja, sieht man doch. Bei mir hat man gar nichts gesehen. Ja, weil du so eine Bug-Version hast. Ey, ich habe Chicken Dinner-Version. Chicken Dinner Gold Edition habe ich. Ich höre noch was. Ich höre noch einen Klatschen. Vielleicht hier drin? Ja! Ich höre noch einen Klatschen vielleicht hier drin. Einer noch. Das ist der letzte beim Zelt. Ich sage da, da ist... Der lebt. Ich schwöre es dir, der lebt. Vagabundo bei den Zelten von den Gypsies. Vagabundo. Gypsies. Der hat so kleine Hände. Die zucken noch die Finger, die kleinen. Ey, ich kann sein Schild nicht zerstören. Ey, der ist wirklich ein Unsichtbarer. Sein Schild liegt am Boden. Jetzt. Bei mir ist der komplett unsichtbar. Komm schon, Vagabundo. Ich habe keinen Katana mehr. Ich bin maßgeblich daran beteiligt, ihn zu zacken. Ich sehe es. Wo ist er denn? Jetzt jagt er dich. Hier, da wo... Siehst du Strom? Nee. Er stirbt halt nicht. Er ist hart dreckig. Ja, genau da. Du schälst ihn. Ja. Oh. Nice. Vagabundo. Vagabundo. Wo werden wir denn abgeholt? Oh, guck mal. Der Flieger da oben sieht aber geil aus, ne? Ja. Ja, schon geil gemacht. Der Katz hat ja bestimmt lange gehockt, weil der so groß auch ist und so viele Details hat. Ist monströs. Aber hat halt... Wo werden wir abgeholt? Hier beim Loot Drop. Echt? Wie geil. Yeah. Ah, nice. Alter, Paint the Town Battlegrounds. Schicko, ey. Leute, lasst eine Bewertung dafür mehr. Paint the Town. Und immer schön Battlegrounds bleiben in der Hose. Bis zum nächsten Mal. Und... Wiedersehen.